Ach, so eine Scheiße! Wir können uns auf jeden Fall erstmal auf ein paar Tage Werkstatt einstellen. Ich habe diesen Traum. Alles hinschmeißen, das Nötigste in ein Auto quetschen und einfach losfahren. Abhauen, mich selbst wieder spüren. Mit Anfang 30 Burnout? Das soll mein Leben sein? Wo sind mein Spaß, meine Freude, mein Lachen geblieben? Was passiert, wenn wir unser Leben wieder selbst in die Hand nehmen? Geschafft! Geschafft! Ja! Was, wenn wir alle Sicherheiten aufgeben? Wenn wir den Mut aufbringen, auf die Reise zu gehen. Eine Reise, die uns an unsere Grenzen bringt. Keine Ahnung, wie es jetzt mal wieder geht. Klapp, Klapp! Untertitelung des ZDF, 2020